Oder ist hier Ende im Gelände? Huch! Hier ist Ende im Gelände. Die ganze Seite kann ich sowieso wieder nicht aufsammeln. Also lasst es hier einfach mal liegen. Bei diesem nervtötenden Lärm hier. Wir sollen da schlafen. So, wir hatten aber eigentlich ein anderes Ziel vor Augen. Und zwar wollten wir eigentlich hier raus. Aber die Höhle werde ich mir auf jeden Fall merken. Weil ist ja doch eigentlich ganz cool, dass man sowas direkt vor der Haus hat. So, die Schiebe nehmen wieder mit. Und da müssen wir sehen, dass wir da auch noch mal aufsammeln. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich das auch will. Also so wie sich das hier anhört. Ich muss hier Ringelpiez mit anfassen. Alter. Hier geht aber gut die Party ab, ey. Okay. Ich hab keine Ahnung von wo. Ich hab's ungestört. Erstmal wieder das... Ach, hier sind... Ah, ich verstehe. Man sieht es schon. Wenn du siehst und du siehst und du siehst, clap your hands, clap, clap. Oder so ähnlich. Oh ja, Jungs. Alles gut. Alles gut. Boah, ich hasse so ne Gabelung. Wir fänden die nicht wieder raus. Huah. Hohoho. Alter. Tickst ja wohl nicht mehr ganz frisch, oder was? Hm. Hm. Da-ba-da-ba-dam. Alle Verschwendung. Kannst du sowieso nicht einsammeln. Eine dunkle Gasse jagt die nächste, ey. Und eine Sackgasse jagt die nächste, ey. Ich weiß schon, warum ich immer nur drei Folgen aufnehme. Der Psychoterror hält ja keiner aus. Ich muss ja noch ein paar andere Spiele aufnehmen. Oh Mann ey, alter. Du! Und wo kommen die denn immer? Yeah. Rock. Oh. Oh so, dude. Oh. Nimm den Kampf auf. Oh so, dude. Yeah. Da fühlt man sich doch wesentlich besser gleich hier. Mal ein bisschen so jetzt durch die Gegend laufen. Lieber nicht. Sonst verwirrt mich das nur selbst. Äh. Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall gleich wieder Miet. Nachdem wir hier die Schienen abgeboten haben. Und, äh, die Hacke gewechselt haben. Und, äh, die in Schienen kommen ja aus. Ah, 11. Okay, alles klar. Ich nehme nochmal wieder einen Schluck. Moment. Perfekt. Ich werde mal gucken, dass ich Creepern glaube ich doch einen Ton einbaue. Dass man sie wenigstens hört, wenn man sie schon nicht sieht. Damit man nicht jedes Mal sich total erschreckt. Bam 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 bam. Hallo. Welchen Browser benutzt ihr eigentlich? Mal so dezent am Rande gefragt. Ich würde so gerne das Holz mitnehmen. Können wir dafür was hier lassen? Welchen Browser benutzt ihr? Genau, das war gerade die aktuelle Frage. Wenn auch keine Preisfrage. Ich nutze Safari, Chrome und Firefox. Firefox für die Entwicklung, Safari für generell und Chrome nutze ich für die ganzen YouTube Geschichten. Und ich kann das sogar... Was soll das denn da? Und ich kann das sogar... Untermauern, warum ich das tue. Was ist los mit dir? Was ist los? Was ist los? Was stimmt bitte nicht? Ja, und zwar... Was ist das hier? Und zwar benutze ich... So viele Browser, weil... Weil wegen die Cookies. Ich habe mehrere YouTube... Äh, YouTube-Accounts. Ja, genau. Ich habe 100 YouTube-Accounts. Und mit denen habe ich mich alle selbst abonniert. Und schreibe mir auch immer selbstfreundliche Kommentare. Jetzt habe ich mich verraten. Nein, was ich eigentlich sagen wollte... Irgendjemand ist mir da auf die Schnase gefallen. Ähm, ich habe mehrere Google-Accounts. Zwei an der Zahl. Uah, nein, ich werde eingekesselt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Geh weg, geh weg, geh weg. Zwei Google-Accounts habe ich. Und... Einen davon existiert schon seit 1996. Nein, seit 2006 wollte ich sagen. Der andere seit... Dezember letzten Jahres. Und das ist der Account, mit dem ich... Die Videos immer hochlade. Hier einmal halt... Der Abusum-Dude. Und der andere... Den, äh... Erzähl ich nicht, weil... Es ist Top-SQL. Und... Ich kann nicht immer mit beiden Accounts gleichzeitig eingeloggt sein. Weil... Auf dem einen erhalte ich die E-Mails. Und der andere, der ist halt wirklich nur hier für... Die ganze YouTube-Geschichte. Äh, und... Aha... Bam-bam-bam... Können wir uns eigentlich mal eine Treppe hochbauen. Äh, und... Das irgendwie halt zu managen erfordert das... Weil ich halt keine Lust habe mich jetzt mal nochmal wieder anzumelden zu müssen. Wo will er hin? Äh... Ist gut, da lass ihn gehen. Reisende soll man gehen lassen. Ne, Reisende soll man nicht aufhalten, war das ne? Da geht's auch noch weiter. Höh... Ihr seid ja aber ganz schön viele, Jungs! Das stimmt mit euch nicht! Warum seht ihr so komisch aus? Warum verzieht ihr die Fratzen so? Achso... Er hängt hier im Netz fest. Ja, ich könnte das natürlich jetzt erstmal den ganzen Tag machen. Oh, da hat jemand... Geil! Das kenne ich ja noch gar nicht. Awesome! Tray awesome! Heißt das so? Ah, Herr Gott, ich bleib immer hängen, ey. Und weiß immer gar nicht mehr, was ich dann eigentlich sagen wollte. Also... Ich hab mehrere Accounts. Genau, da war ich grad hängen geblieben. Gucken wir's mal nach. Kann alles nicht mitnehmen! Gut, dann lassen wir das hier. Macht gar nichts! Und aus diesem Grund habe ich halt mehrere Browser in Benutzung. Weil die kann ich nebenbei aufhaben. Parallel, wie das... Wie der menschliche Fachmann sagt. Und das ist durchaus praktisch. Wie ich finde. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Alles weg! Alles weg! So, okay. Also, weiter geht's. Ein bisschen Einsen einsammeln. Und dann schaue ich mal, dass wir hier halt demnächst dann auch wirklich irgendwie rauskommen. Wenn ich denn mal nochmal wieder zu unserer Taulen-Truhen-Geschichte finde. Macht doch nicht so'n Stress mit der Musik! 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 So'n Stress! Oh, da wäre ich fast runtergefallen! Und das wäre nicht gut ausgegangen! Ich glaube aber sowieso, dass ich minimal falsch bin, oder? Wo sind wir dann hier gelandet? Wo sind wir dann hier gelandet? Auf! Au! Wo ist das andere hin? Wo ist das andere hin? Wo ist das andere hin? Oh! 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 Warum?? Komm her! Was gibt dir? Ich glaub's nicht ey.. Ich glaube es nicht! Was stimmt nicht bei euch? Oh! Oh! Nein, 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 du nicht, Kollege, du heute nicht, danke. Brauchst du auch gar nicht so rumzappeln, ne? Zappel Philipp. Zappel Philipp, da bist du. Ne, das tue ich mir bestimmt nicht an, den setze ich jetzt einfach mal dahin, dann kann ich nämlich hier einmal nochmal, so. Kommt wahrscheinlich von hinten. Nein, ich will da nicht hin, ich lasse es, ich suche den Ausgang verflucht. Können wir nochmal gucken? Ja, hier waren wir auf jeden Fall. Genau, ja, okay, doch. Seems Familiar. Heißt so viel, wie kommen wir bekannt vor? Hier ist auch alles hell erleuchtet, das ist gut, das ist sehr gut. Wir sollen die Schienen mitnehmen. Und das Eisen, natürlich auch. Alter, was ist denn hier los? Eisen ohne Ende. C. O. E. Wir können keine mehr mitnehmen, aber ich weiß, wo wir sind. Das ist sehr schön. So, also, warum ist hier offen? Glaub's ja wohl nicht. Du kommst mal da rein. Hier, von euch nehme ich mal einen ganzen Packen mit. Noch irgendwas, was wir hier lassen können, bevor wir nach oben gehen. Das nehmen wir auch nochmal mit hier. 14 Kode. Kann man ja nochmal so machen. Ist ja kein ganzer Stack. Soll uns aber nicht weiter stören. Denk ich. Wir können jetzt nach copern mit dem Baby bizler. Vielen Dank.